In der Ferne das Rauschen des Wasserfalls, der Wind, der durch die Bäume zicht, das knachzende Holz und mein ruhiger Atem. Aua! Da hatte wohl einer der Rords keine Geduld und hat mich gezwickt. Die haben wohl anscheinend nicht so viel Geduld. Okay, ich komme hier wieder so los. So, dann ist hier fertig, hier ein Fahrstuhl, den ich auch schon nutzen kann, okay. Aber ich denke, den Fahrstuhl will ich ja gar nicht nutzen, eigentlich die Treppe, oder? Weil da gibt es wahrscheinlich mehr zu entdecken. Ich gehe mal einfach den Weg durch, vielleicht entdecke ich was unterwegs. Ja, ein bisschen was entdeckt habe ich. Aber das war alles unten. Was ist das also hier? Muss mal gucken. Das könnte aber wieder sowas sein. Wo ich erstmal mit den Rords aus der Ferne Sachen aktivieren muss. Hm. So einfach geht das aber nicht. Was habe ich getan? Ah, das Wasser steigt, okay. Okay. Warum habe ich das getan? Ich bin nicht sicher. Da komme ich nicht hin, gell? Nee. Aber Moment, ich komme ja nirgends hin, oder? Ich kann doch auch hier nicht hoch, oder? Doch. Okay. Ein paar kleine Pünktchen. Das Gebiet wird so groß, ich dachte, jetzt kommt noch irgendetwas Überraschendes. Hätte mich aber auch gleichzeitig gewundert. So, genießt die Aussicht, Rods. Und das Ganze für eine Geisterpost, okay. Die haben wir immer so ein bisschen mehr Aufwand. Schauen wir mal ganz kurz. Geisterpost haben wir aktuell zwei aktive. Die können wir dann im Dorf abgeben. So, okay. Rückweg anscheinend gibt es noch den einen. Dann nehmen wir jetzt den Fahrstuhl. Und können damit ins Dorf Herz. Und dann können wir da gleich wieder anfangen, alles zu sammeln. So, hi. Bye. Auch wenn die Aussicht schon cool ist. So, und aktivieren, please. Alle mal einsteigen. Sehr schön. Ich überlege gerade. Ein Fahrstuhl ohne irgendwelche Abgrenzungen. Also nicht nur einfach Glas, sondern wirklich komplett ohne. Würde mir, denke ich, in der realen Welt unnatürlich vorkommen. Es gibt natürlich bestimmt einige, vielleicht im Bau oder so, die benutzt werden. Die mir nur gar nicht einfallen. Aber so im Alltag benutzt man die logischerweise. Aus Gründen nicht. Okay, ich bin im Dorf Herz anscheinend. Und eine neue Maske. Die von dem Stier. Oder Ochsen. Ochse war das, gerne. Ja. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt auf der Seite. Okay. Dann war das schon mal ein guter Anfang. Ich bleibe erst mal hier unten. Das habe ich schon geöffnet. Ja, ja. Das habe ich schon geöffnet. Dann muss ich erst den Anfangsbereich hier leeren, bevor ich dann nach oben gehen kann. Was mich nur verwirrt. Was? Eingang zum Dorf Herz ist hier. Und das Dorf Herz ist hier. Ist das zu komplett oder was? Das sah nämlich alles offen aus. Deswegen gründer es mich. Spawnst du bitte? Oh, schon wieder so ein Zauberer. Den hat man schon länger nicht. An sich ist er ja auch ganz cool. Alter. Okay, 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 okay. Okay, ist in Ordnung. Spawnst du gleich so viele Gegner? Okay, schade. Ich schaffe ihn nicht zu kontern. Seine Fernkämpfer von dem Zauberer sind eigentlich cool zu kontern. Okay, viel zu früh mache ich es. Ich freue mich also sehr, dass du dich heilen kannst. Der braucht aber so lange für die Heilung an sich. Hey, jetzt hör mal auf. So, Ende im Gelände. Hier gibt es wieder eine Waldträne zu holen. Die könnte direkt da platzieren. Schenke die Felder. Wobei ich schauen muss, ob die noch irgendwas nötig sind. Alter, dieser Blick von denen immer. An sich weißen die Rots schon viel. Ich meine, sie sehen ja so harmlos aus, als ob sie nur so zwischen den Bereichen leben. Aber sie machen das Großteil des Spiels aus. Was ist das? Kürbis? Ah! Da hat sich ein Rott versteckt. Hey! Komm mit uns. Und gleichzeitig ein Kürbiswut gibt es. Sehr schön. So, hier war anscheinend auch ein Rott. Den haben wir schon mal geholt. Ich erinnere mich zwar nicht, aber in Ordnung. Jetzt muss ich halt das Prinzip hier kapieren. Ich freue mich, dass es so gut läuft. Es ist im offenen Bereich. Ach, tut er. Ich will den nur mal kontern. Ja, einfach nur mal so. Okay, sonst gibt es aber nichts dafür. Einfach nur Gegner besiegt. So, dann habe ich hier alles. Okay, die Walddrehen habe ich sonst nirgendwo bisher gesehen, wo ich sie einsetzen könnte. Hier dagegen ein weiter Rott. Habe ich jetzt nicht sogar zwei oder drei gesammelt? Das haben doch nur so wenige gefehlt, oder? Ja, noch einer fehlt. Dann ist das Gebiet fertig. Wobei, das sind halt die Felder hier. Da ist es torfwärts, da gibt es gleich neue. Den Übergang hier ist halt sehr fließend. Aber es fand ich vor allem früher schön. Wenn man quasi so open world ja, simuliert hat, will ich mal sagen. Aua. So, jetzt schauen wir uns mal was an. Oh, das war falsch. Nein, das wollte ich nicht. Die Rott wollte ich mir mal in Ruhe ansehen. Bei den großen Gegnern kann ich das ja nie. Kann ich das einfach so einsetzen, ohne Ding zu verlieren? Habe ich gerade einen Rott befreund? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Egal. Ja, tatsächlich verliere ich keine Energie, wenn es keine Auswirkung hat. Das sieht süß aus. So, ich dachte, ich hätte das Geräusch gehört, dass ich einen Rott befreit hätte. Aber ich sehe nichts. Hier muss noch irgendwas sein. Ich spüre es ja im Controller. Da war er, oder? Ich denke, da leuchtet das Lieder. Da ist er. Okay. Wo war eigentlich die Waldträne? Die war doch voll weit weg, oder nicht? Ich hoffe, hier gibt es noch... Ah, warte. Hier. Das da, gell? Ja. Okay, so funktioniert es. Zu welchem Bereich gehörst du? Zeig mir deine Papiere. Wo lebt dein Haus? Er lebt in den Feldern. Das heißt, damit haben wir alle Rots. Noch zwei Hüte, ein Blumenschrein, den wir auch schon sehen. Ich muss nur noch wissen, wie man den aktiviert. Und Meditations Plus. Irgendwie laufe ich zickzack gerade, weil ich dauernd was übersehe. Okay, auch noch ein paar Punkte, sonst nichts. Okay. Dann, 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 dann. Wo war die Träne nochmal? Wo war die in dem Haus? Ja. Na, dann, komm mal her. Die letzte Startbahn müssen wir uns holen. Dann sind die Felder bereinigt. Und da bin ich froh, dass es so gut bisher läuft. Ich verzweifle, dass wir komplett auf Backtracking verzichten können, aber zumindest etwas. So, macht bisher langsam. Ich sehe euch sonst nicht. Damit ist das hier geschafft. Geld sammelt sich an, aber die teuren Hüte werden auch Geld schlucken. So, da war ich schon. Okay, 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 okay. Dann, wo gehe ich gerade lang? Da ist das Zwischenziel, da ist das Hauptziel. Das ist das, was mich verwundert. Das ist zumindest nicht zu. Ich habe irgendwas gehört. Also, das Verderbnis ist hier stark, das merke ich schon. Alles wieder so düster. Das kommt mir bekannt vor mit den Statuen. Das habe ich von Weitem gesehen. Ja, das hier zumindest. Genau, das war der Weg, den ich nicht hochgegangen bin, sondern drüber. Und da war ich wieder, gell? Ja. Okay. Dann habe ich definitiv außen alles bereinigt. Und jetzt in, ah, da ist eine Fluchtsitzruhe. Okay. Aber ich denke, ich bin hier noch zu früh. Das Gebiet sieht aber klein aus, deswegen können wir es schnell abhaken. Und dann, wenn es soweit ist, kommen wir nochmal her. Und, oh. Einfach so? Das war ja easy peasy. Ich sehe gerne immer nach, wo man die abgeben muss. Da hinten. Okay. Nicht, dass ich mir die Reihenfolge oder so merken könnte. Zum Glück wird das automatisch eingesetzt. So, gib mir noch einen Moment. So, schön aufstellen. Sehr gut. Hier ist wieder dann alles fertig. Dann kann ich nichts anfangen. Und hier komme ich hier. Okay. Dann die verfluchte Truhe und dann gehen wir rüber. Weil hier können wir anscheinend nicht so viel machen. Erst die Verderbnis muss weg. Eine Minute. So, weg mit dir. Oh. Ich sag direkt mit dir. So, sehr schön. Weg mit euch. Nein. Verfehlt. Ich wollte es zwei auf einmal erwischen. Komm nochmal. Achso, ich habe keinen Mut mehr. Oh. Ja, geht halt an. Ich brauche Mut. Boah, es sind so viele auf dem Haufen. Komm schon. Okay, fast alle. Nicht alle, aber fast alle. Das reicht mir. Aber 15 Sekunden. Hallo, ist noch mal ein Gegner übrig. Hätte ich vielleicht am Anfang nicht verfehlt. Hätte ich mehrere Gegner erlebt. Was? 10 Gegner? 11? Achso. 15. Okay. Ja doch, dann lief es eigentlich. Drei Gegner haben mir gefehlt und es spawnen anscheinend sogar mehr als notwendig. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich muss das mit den Pfeilen besser hinbekommen. Wenn das früher funktioniert und auch so viele spawnen am Ende, dann kriege ich das hin. Okay, das muss ich aber tatsächlich machen hier, denke ich. So, weg mit dir. Okay, getroffen. Okay, ich muss mich kurz aufladen. So, hier auch wieder zwei. Okay, und nochmal, nochmal, komm. Ich bin perfekt. Zehn Gegner besiegt. Es läuft, es läuft. Komm schon. Stellt euch richtig hin. Dann geht das. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Geschafft, gell? Geschafft. Yes. Hallo. Hast du nicht mitbekommen, was ich schon gewonnen habe? Immer diese Gegner, die die Spielregel verletzen. Also sowas. Einfach nur schlechter Verlierer. Okay, war gar nicht so einfach. Gibt es zwar nur Geld, aber vieles dafür. Gott, dann folgen wir mal. Darf ich sehr in Beschreibung. Das heißt aber, dieser Übergang ist schwierig zu kapieren. Okay, ja. Und ich war auch überall bisher, gell? Dann habe ich die Befürchtung, dass ich doch Backtracking machen muss. Weil ich komme nicht mehr da hin, wo ich... Äh, ja. Wo mir irgendwas fehlt. Weil überall... Ich war ja überall. Das könnte noch irgendwas sein. Kommt man da hoch? Aber schon... Ah, von der Höhle. Okay. Von der Höhle. Hier links. Ja, okay. Ist noch eine Kleinigkeit. Könnte aber auch nur Geld sein. Mal sehen. Ja, okay. Dann... Ich habe besser, dass die Statistiken nicht. Toll. Ich schaue nur kurz. Okay, ich sehe aber von hier nicht, ob das Rott ist. Nein. Okay, schade. Schade. Hier ist auch noch was. Alter. Ich weiß nicht, zehn Steine. Ah, hier war man dort schon. Dann haben wir schon. Ich kriege aber trotzdem immer wieder Geld dafür. Komisch. Ähm. Ja. Okay, damit muss auf jeden Fall Backtracking dann gemacht werden. Weil der Rest gehört definitiv nicht mehr zu den Feldern. Aber meine Befürchtungen sind nicht eingetreten, dass mir wirklich eine Masse fehlt, weil ich alles vergesse. Sondern wie immer nur diese paar Kleinigkeiten. Dann gehen wir hier weiter. Das Gebiet scheint ja nicht so groß zu sein. All right. científic. Jan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017